Hallo liebe Spreekick-TV-Zuschauer, wir sind vom SG Eichkamp-Ruppenhorn und ja, wir geben jetzt mal ein paar Tipps ab zum nächsten Spieltag. Das erste Spiel ist Alcantau gegen Hellersdorfer FC. Das wird Alcantau machen, weil die sehr spielstark sind, Technik haben die auch. Und ja, Hellersdorf, weiß ich nicht, ist mal so, mal so. Ja, und dann kommen wir hier zum nächsten Partie. Marzahn gegen Humboldt. Also bei Marzahn ist ganz abgeschlagen hinten. Wahrscheinlich treten die nicht an, so wie letztes Spiel. Also ganz schwaches Team Marzahn. Und das ist ein ganz klares 8-0 für Humboldt. Nächstes Spiel ist wieder Hellersdorf gegen FC Berlin. Macht diesmal Hellersdorf, weil Berlin, weiß ich nicht, haben auch noch nichts Großes gemacht. Denk ich mal ein 4-0 Heimsieg. Ja, dann kommen wir zu Normania gegen Stern Marienfelde 2. Gegen Normania haben wir 8-0 gewonnen. Ich weiß nicht, aber irgendwie fand ich sie gar nicht so schlecht. Gegen Marienfelde haben wir noch nicht gespielt. Aber ich denke mal, das wird ein knappes Ding. Wahrscheinlich, ich zippe mal auf Unentschieden. So. Nächstes Spiel ist Südwest gegen Lichtenradl. Macht denke ich mal Südwest, weil die sind sehr heimstark sind und Lichtenradl hat eine schwache Abwehr und sind auch nicht wirklich spielstark. Dann kommen wir zu NFC gegen SV Karo. Ja, NFC halt. Das wird auch nichts mehr in die Saison, glaube ich. Und ganz abgeschlagen. Wir haben auch gegen die zweistellig, glaube ich, gewonnen. Und das wird ein ganz klares Ding für Karo. So, nächstes Spiel ist Preußen gegen Eichkamp. Macht natürlich Eichkamp. Weil Preußen zwar ziemlich Heimstark ist, haben guten Rasenplatz. Aber ich denke mal, das packen wir auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir zu Askania Küpenick gegen Sportverein Berlin. Gegen Askania haben wir leider verloren bei denen. Die sind sehr heimstark. Haben einen riesen Rasenplatz. Und das ist halt der große Vorteil von denen. Und ich glaube mal, die Gewinn ist denen auch gegen Sportfreunde Berlin mit 4-1 oder 4-0. Nächstes Spiel ist Askania Küpenick gegen SF Berlin. Alcatau gegen Prenzlauer Berg. Ja, diesmal macht es auch. Alcatau sind sehr spielstark, wie gesagt. Und Prenzlauer Berg hat auch noch nichts gerissen jetzt wirklich. Okay, damit verabschieden wir uns hier vor dem Eichkampplatz. Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.